Hier zusammen mit den Sven. Hi. Sven 636. Ja, und heute spielen wir Infinity Handschuh. Wie das letzte Mal waren, war Sven, der Letzte zusammen mit Thanos, Baumaterialien haben nicht gereicht. Ja. Und zwar, und, zu guter Letzt, zwei Leben. Hm. Was soll man zwei Leben machen gegen Thanos? Der Sturm hat ihn dann anschließend weggeholt. Ja, leider. Und, am Anfang hatte er nur einen Revolver. Hm, und dann habe ich, da habe ich noch irgendwo eine Peste gefunden, eine Lina, Schallgedämpfte, und dann habe ich noch jemanden gekannt, der bei mir im Leben entstand. Ja, und der hatte richtig viele Ressourcen. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel Holz, äh, und Stein natürlich. Nicht vergessen, sonst reicht das nicht. Äh, und dann würde ich sagen, wir gewinnen diese Runde. Wo, sag mal, Karte? Ja, okay. Nein, das ist die der Beste. Hm, hm. Ich würde sagen, wir gehen Weiling Woods, ne? Weiling Woods? Dann musst du aber jetzt rausspennen. Ja, ich muss ganz schnell fahren, weil, ähm, die Zone ist relativ schnell, weil die kommt jetzt schon. Die müsste jetzt, ja genau, die müsste jetzt schon kommen, und dann würde ich sagen, sofort rennen. Äh, erst mal so 500 Holz und dann unterwegs noch mal ein paar, ne? Ja. Ja, dann muss ich mich jetzt sehr, sehr beeilen. Schon mehr so ein bisschen, voll, 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 voll. Hoffentlich gewinnen wir es dieses Mal. Ja, letzte Runde war es sehr, sehr knapp, finde ich. Ja. Also Sven soll ich sagen, was ich getan hätte? Ich hätte, ich wäre runtergesprungen. Nö. Ich würde es. Und dann versuchen Thanos, ohne die zu erwischen. Ja, ein Schuss mit der Sniper never tot gewesen. Ja, das stimmt. Er hatte 90 und 23, okay. 29 Schild und, äh, 90 Schild und, ähm, ne, er hatte 100 und 24. Ja, guck mal, wir haben schon 207, bitte schnell. Definitiv. So. Thanos hat schon gesagt. Thanos hat schon gesagt. Thanos hat schon gesagt, ja noch nicht. Was bedachtst du, da kann ich nicht sehen, weil ich... Ja, war so gut. Es ist locker, aber... Ja, wer darf sie. Da, warum sind wir hier? Ja, aber... Der hat ne Waffe. Ich schätze nicht, dass der... Oh nein, aber den... Eigentlich, wenn Thanos alle in 50 Sterne hätte, würde einfach die gesamten Menschen halt ausgelöscht werden. Ja. Also, diese werden dann nicht die Menschen füllen. Okay, dann habe ich... Jetzt habe ich... Ich habe ich... Ich habe... Ich habe... ...und... 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 Hoffentlich gewinnen wir es diese Runde. Und hoffentlich findet Sven auf dem unterwegs noch eine Waffe. Die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering. Aber sie ist da. Ich dachte auch... Das ist ja... Nächsten. Ähm... Die Sieger... Kann es einer verblendet oder so? Also... Mh... Kann gut sein. Ja, ab... Eine Waffe sehr gut. Pistolen... Kann nämlich auch gerne andere. Aber ich nehme die trotzdem mal mit, falls Nullfall... Falls irgendjemand neben mir wieder steht... ...und... ...ich hab's nicht. Ich hab's nicht in der Zunge. Ne... Ich hab's nicht. Mh... Ne... Ne... Fuck... Ne... Scheiße... Ich will nicht so sterben. Ne... 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 Ich hab's aber nicht mehr. Ne... 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 Was ist das hier? Ach, diese. So. Ist es auch was zu essen? Nein, lieber nicht. Ey, das ist nicht so viel zu fehlen da. Hol die mal was. Hol die dann holst, ja? Guck mal, geh mal zum Wailingboots, wenn die Zunge... Bei mir war das so, ich bin ein bisschen zu spät gegangen und zwar blöd. Der wäre schon längst zu uns. Oh, Baby, gib mir mehr von dem, was du mir erzählst. Ich kann mir jetzt nicht mehr. Ich mach das nicht mehr, ich schmeiß eine Waffe weg mit nur noch neun, Moni. Bam. Hetschabam, Hetschabam, nee, kein Hetschabam. Ich geb dir nicht hier meine Waffen. Betroff mich doch niemals. Halt so, ob der so gescheuert ist. Ich bin besser als er. Ach, was ist das so? Zu 100%. Einbauen, schnell einbauen. Zu 100%, bitte. Zu 100% bin ich besser als er. Sven, du weißt, was ich mir... Geh, Wailingboots, geh, Wailingboots, Wailingboots, also... Nein, ich versuch mir dieses Mal, dir eine Handschuh zu holen. Nee, würde ich nicht tun. Da wirst du die ganze Zeit geh... Am Ende bauen sich aber so viele hoch und dann... Nee. Ich würde über Wailingboots gehen, wenn ich nicht du wär. Ich geh das jetzt zu kurz. Und stürm mich schnell lieber. Ich geh noch ein bisschen. Superschnell. Und unser neuer Song. Es reicht. Superschnell. Und du, ihr, 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 ihr. Kleine Eben. Steh. Ach so. Hoffentlich kommt der Handschuh bald. Ja, der kommt. Eins, zwei, drei. Warte, warte, nee. Noch nicht. Jetzt drei, zwei, eins, null. Da, 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 da. Wo? Da kommt er doch. Du bist so nah dran. Du bist so nah. Du bist so nah. Ich nehme mir einen. Nein, da ist jemand anderes. Nein. Ach. Nee, dann bist du tot, glaube ich. Das glaube ich. Hoffentlich. Hanus. Ja, ja, jetzt halt ab. Jetzt halt Hanus. Du bist Hanus. Ich brauche nicht so. Ich brauche nur das Sternrecht. Da oben ist jemand, da oben ist jemand, da oben. Ja. Da habe ich aber noch einen. Oh Gott. Der hätte ja gegebenen Luft. Okay. Jetzt ist mein 626 wieder dran. Ja. Jetzt darf ich aber nicht sterben. Mhm. So. Also. Oh. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Du bekommst bald eine neue Rüstung. Cool. Also Sven, jetzt bitte lange durchhalten. Ich bin gleich wieder da. Okay. Sven, unterhaltet euch zu lange. Abonniert mein Kanal. Nicht. Doch, ich heiße 2636. Ich heiße 2636. Aber nehm ich alle. Abonniert mich alle. Abonniert mich. Abonniert mich auch noch. Yeah. Na 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 Hey little Darkness, my old friend, yeah! Hello Darkness, my old friend an NBA too to the claim tonight and I... I mean I... Oh nie, I'm nice! abonniere mich alle auch noch mal naja und und das nicht jetzt haben bei erlern diesmal eigentlich nicht aber vor allem mann so weit weg und schuld trotzdem so jetzt bin ich wieder ach ja ich bin ja auch mal ja wir haben weiß die maja wer da ist der cool wenn panos mal einfach stehen wird für 10 sekunden und dann alle auf den raum und dann du bist der erste der richtung obwohl der handschuh eigentlich viel mehr kann ja eigentlich ja sein über schoß springen der laser und schlagen also ist natürlich mal alles was der handschuh normalerweise kann also der handschuh könnte eigentlich raum und zeit manipulieren warum sollte man ihn manipulieren das ist der grüne der blaue ist der power stone und ist ziemlich ziemlich überpowered ne ich werde jetzt so okay ab wie viel kann man sich das jetzt kaufen ab 800 Tarnos ich bin bereit eigentlich wenn man Tarnos also im Film dann stirbt Tarnos nicht aber aber er hat ja Unmöglichkeit ist ja nicht er ist schon mit 2 empfindlich dann das stärkste Wesen und Gott ich geh zu ich mach einfach ne ganz normale Runde ich mach einfach ne ganz normale Runde Runde wäre und tschulde und das ist mein Plan ich stell mir vor das ist ein ganz normales Solo Runde wäre ich nicht ich ich nicht ich nicht Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt geht die Nutzung, wenn er kommt vor einem Schnell. Und jetzt kommt die Nutzung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Tados Handschuhe ist direkt hier. Ja. Geht hin. Geht hin Handschuhe. Oh. Tados ist auch da. Ich wette, dass Tados den zerstört wird. Ja. Puh. Ist okay. Und ne... Und ne Battle Pass Stufe. Ja. Cool. Das nächste ist mit den Armen. Und wenn du Level 30 erreicht hast, kannst du diese Splitter geben. Ah. Yes. Ja. Da hab ich immerhin auch noch ne andere. Na ja. Also... Die hat schon was. Nein. Eigentlich in Wirklichkeit nicht. Also der... Die... Eigentlich ist es ja so grob wie immer aufgebaut. Ja. Ja. Popcorn essen. Aber es gibt nur einzelne mehr, die da gekauft haben. Wirklich? Ja. Einzelne mehr. Ich zähle mal kurz. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Unter der Begrüße. Fünf. Jetzt bin ich von den Anfang. Infinity Stone. Sven hat sein. Abgesteckt. Und Sven kommt gleich wieder. Und jetzt ist er wieder da. Er sitzt gerade neben mir und macht jetzt ein Heim. So, die geht schon etwas lange ab, aber noch nicht so lange die Runde. Nee, die Runde. Ja, die Runde geht jetzt so lange schon. Das ist ein bisschen zu lang für mich. Und dann fahren wir so die Hälfte abschätzen. Wenn man einen Baum abboot, wird er dann auch so eine Kart wegnehmen? Nein, nein. Wenn man zum Beispiel ganz Wailing Woods abbaut, ist er immer noch da. Und Karte. Ah! Kannst du es noch mit deinem kleinen Finger? Ah! Ah! Du kannst deinen kleinen Finger umbiegen. Ja! Da ist der Fall, der halt rausguckt. es ist die erste wenn die wotten von er hat mir hier ein bisschen waffen holt in der grundsatz punkten der liebes gas 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 das geister ich habe es gar jetzt da ist daneben zwang guck mal daneben andere andere garage daneben ja das automatisch aber nicht konzentrieren jump hat kommt wenn ich mir zwei jetzt holen gleich könnte mir jetzt ja oder ich spare holz dann haben das treibt sich denn der tanus weit weg von mir weit weg von mir das stimmt das ist gut sehr kurz ich auch Ich habe das Headshotgeber. Ja, das ist gut. Kann ich mich ein bisschen höher bauen, am Anfang. Ja, am Anfang, welches Material verspende ich. Aber erst mal, ich muss halt rein. Medikids auch da. Das ist gut. Den habe ich noch gewusst. Ja, habe ich noch gewusst. Der hat noch so eine Bomb. Ja. Gut. Du kannst dich gleich noch mehr höher bauen. Na, Pumpe ist er. Der hatte sogar schon ein paar Materialien gehabt. Thanos ist dauernd. Thanos ist dauernd. Hoffentlich am Ende auch. Dann kannst du ja auch gleich killen. Im Ende mit Anschlusskopf. Na, bam. Nächste Zone, dann baue ich mich hoch. Hopp, hopp, hopp. Ich habe mich erschreckt. Ich erschreibe mich immer voll. Ich mache mir Angst. von mir. Jupiter hat mir einen Kadernpuhl alsances. Ja. Da habe ich es raus. Dann mach ich mit unseren Songpofierz Nacyjpausch. Doch, okay wir malic municipality ist. Dann lied ich nicht noch. Ich warst da nicht frei Leute. Da habe ich es raus. Dann habe ich auch wenn ich so auf meinen Kern haben. das ist einfach für heute nützlich ein zwanzig leben noch ein bisschen zu füge aber trauen noch an die leise ich auch wenn er nicht zu mir kommt dann verstecke ich mich hoffentlich aber nicht ich brauche noch mal stein gehabt wir wollen das gas auf jeden fall gut aber in dem modus ist es gar nicht bei ein bisschen unternehmen nur so normale wochen gegen kam es gar nicht eigentlich müssten müssten die wappen nur gold sein er ist wirklich ein oder aber dann sind ja die pams raus das wäre auch blöd okay ich glaube das reicht müssen wir auf den berghof bauen das stoppt aber sehr oft ja ja immer weniger wird das ist ein streichen schon manchmal auch noch mal bei steinen sicher ist sicher also wenn ich überhaupt auch halte der rück immer näher davon liegt ja guck und das in den Baum weil ich will in der dring man mit dem die zu und nicht durch die zu ja Ich baue mich dann hoch, wenn die Zune kommt. Aber diese Runde ist eigentlich bis jetzt sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt noch die Runde gewinnen werde, dann gibt er mir die Nackenklasse. Aber letzte Runde hatte ich, ich hätte gewonnen, wenn ich mehr Materialien hatte, ne? Und mehr Leben. Ja und mehr Leben natürlich, natürlich. Ah, ich habe jetzt 100 Leben, ist okay. Aber Thanos, was er nicht ist darf, mich jetzt angreifen. Ist ja ein bisschen blöd. Ich mache, glaube ich. Ja, ich glaube, ich mache es. Ja, mache ich. Ich mache es. Was machst du da? So hochbauen. Dann bin ich schon ein bisschen weiter oben. Oh, es ist ein Tanzlob. Ja, okay, zu hochbauen. Hm. Ich gebe ab. Ich gebe ab. Ich gebe ab. Ich gebe ab. Dünner, scharfe, süßes. Und vor allem. Oh. Okay. Ein Vitell, wo ist er denn? Ein Vitell. Wo ist er denn? Ein Vitell, wo ist er denn? Wie hat er nicht. Untermutmeierladung. Und die Katze ist einfach so weit. Kann sein. Ich sage mal, kein Mann, weiß es nicht. Ja, er weiß. haben und hier heraus zwei noch mehr manchen die gegner schaden schaden erst mal mit der abgestellten was sie ist wie die normale Waffe da. Schallgedämpfte? Ja. Nicht die Maschinenpistole, womit ich die ganze Zeit gehüllt hab. Wenn du so ein Loot in einer normalen Runde hättest, dann wär's schon so gut aufgerüstet für Anfang. Und dann auch in einem Blaupar-Baski. Ich glaub, es gibt nichts schlechter als grün da im Modus. Oder blau. Nee, es gibt nichts schlechter als blau. Okay, wo gehst du hin? Holzfarben, Holzfarben. Du gehst Holzfarben. Guck mal. Ich bin gut. Wieso? Du hast rangezogen. Ist immer noch Video? Ja. Sind wir noch Video an? Ja. Nee. Nee. Geht so fehl. Ich bin voll weg. Ich bin voll weg. Ich bin voll weg. Ich bin voll weg. Gut. Da liegt ein Scar. Oder so. Nee, ist doch gar nicht. Doch da unten liegt ein Scar. Doch nicht da. Da, da liegt ein Scar. Da. 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 Nee. Doch keine. Und, dass jemand töte ihn. Ohne Papp. Ja. Da. Da ist er gelandet auf der Karte. Da. Auf dem Dach. Ach nee. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Auf dem Berg. Da ist die Rakete auf dem Berg. Ey, das passt voll. Weil, da oben ist die böse Base. Von den Bösen. Da unten, wo er drauf ist, die Base von den Bösen. Da unten, wo er drauf ist, die Base von den Bösen. Nimm mal Papp und gib ihm Kopfhit. Verdammt. 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 So, das war's. Erstmal. Das war's von uns. Aber, es wird bald wieder eine neue Folge geben. Und dann wird's sein. Schön mit dir und Peace. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein Leute. Tschau.